ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu sghk meine damen und herren wir ihr könnt aufhören wir haben inzwischen ist auch nicht schlecht ist ganz schön knick in der optik so ja wir haben inzwischen einen tollen namen nämlich sghk oh gott aber dicker es von sterzig ich würde jetzt mal die treppe ja das mal geschmeid also weiterhin ist die spiel natürlich der rein zu fiebertraum aber ihr seht es hat sich auch einiges getan solltet ihr länger nicht mehr gespielt haben es gibt ja stetig schmeiße holzklötze also wir haben die ganze woche schon fast mal vorher gespielt gestern bei gnu verspieltes gnu davor bei karlitz wuschinski und davor bestätig auf dem hauptkanal wir sind jetzt wieder einigermaßen im saft haben viel rumgealbert und jetzt spielen wir auf profi in kraften farmhouse und ich bin bereit und ich bin gespannt das kann quasi nicht schief gehen wir sind auch sehr ernste geisterjäger innen es gibt bei uns kaum den geister entkommt naja so ran und die klamotten leute so ich habe der heißt geist der geist heißt lucis straffen erreiche einen durchschnittlichen sanity wert von unter 25 prozent das kriegen wir schnell hin stelle die anwesenheit eines geistes anhand eines bewegungssensors fest haben wir ein ja die parasonic 4k super zugriff ok und bitte let's go ich halte mich mal lieber an die kennt sich aus dann können wir wissen dann können wir wissen ich mache strom an dann können wir wissen 8 grad ist ganz schön frisch weiter komm mal her hier ja gerne hier ist was für dich anscheinend ja du hast den stromkasten aktiviert die fliegenfalle ja die habe ich gesucht du bist das haar geht nicht jetzt jetzt knick knack ich hab die parasonic das ist los wir müssen jetzt ermitteln gib uns ein zeichen so 8 grad lucy straffen lucy straffen was geht bei dir die affen und ich bin jetzt arbeiten mit mir leidig auf dass er das in eine schrift ist glückchen auf dass die schriftstück und ich hab dann damit die mit unserem gericht in der nieder ich werde die starke ich werde die an es gibt es noch von ihm hier temperature das war das ja weiter wie gehen die lyrics und 0,9 promille wmf wmf und minus zwei minus zwei hier bin ich safe ich guck blog ich guck blog ich guck blog aus dem weg nur es ist doch wer drin ne? Lucy straffen! Lucy straffen! Lucy straffen! Lucy straffen! Geil also beweise gefriertemperatur wie ist jetzt die leute wie ist die lage over haben wir eine kamera schon aufgestellt ja ich habe eine schon aufs geländer raufgepackt wir haben schon geister orbs jetzt welches geländer? auf der treppe nach oben so ein kleines ding da habe ich die kamera das ist jetzt am haus draußen hier warte das ist meine kopfkamera guck mal auch nicht schlecht da kommt noch eine hier das hier ist die hauskamera hier habe ich eben orbs gesehen ich mach mal Dots rein wo ist da ein geister ob du lügst? ne da war eben einer 100 pro pass auf nein du lügst du lügst ja wenn du das nicht finden willst dann ist es gut jetzt bin ich mal gespannt wo ist dein geister ob du bist komplett da war eben einer der erst der ist nicht die ganze zeit da bril hä aber doch oh kalle kalle ey grüß mal grüß mal machen wir einen trick kalle ich geh mal rein zu kalle Lucy straffen 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 Ne die macht ja gar nichts weil er also vom hier ist die ganze zeit so nebel gewesen ist was dieses Dots Basically SCATEN Ja, Leute, wollt ihr euch auch mal nützlich machen, bitte? Ey, wir haben mitbekommen im Geist. Ich hab jetzt noch ein Buch hingelegt. Jemand hat so die Geisterbox. Wollen wir mit dem reden? Ah, hab ich, hab ich. Geil. Jetzt geht's ab. Wo ist denn das Buch? Lucy Straffen, was ist dein Lieblings-Lifestyle-Getränk? Das interessiert mich auch, Lucy. Wodka E oder Wodka O? Lucy, magst du Rum Cola? Ja, er hat ins Buch geschrieben. Lucy hat ins Buch geschrieben. Lucy, sag mal... Lucy, sag mal was. Alle in unserer Familie lispeln. Außer Lucy. Lucy, sag mal was. Dann ist es ein Revenant. Lucy Straffen? Also hier in der Geisterbox passiert nix. Ja, ich glaub, wir müssen ein Foto machen noch. Ich glaub, wir haben jetzt alles. Wir haben Geister-Orbs. Geister-Orbs haben wir nicht. Da hatte doch jemand gesagt. Ja, wir haben nie wieder gesehen. Ja, aber ihr verunsichert mich jetzt. Ich hab aber auch davor einen gesehen. Ich stand hier und dann flog so ein kleiner Punkt ins Bild. Ja, das war safe deine Taschenlampe. Nein, nein, ich stand ja. Ich kann das ja auch unterscheiden, hör mal. Ja, nee. Aber wenn es ein Geister-Orbs wäre, wäre es ein Revenant. Wenn nicht, wäre es nicht. Ich hab einen gesehen. Aber warum war der dann nur einmal da und jetzt die ganze Zeit nicht wieder? Das weiß ich ja nicht. Ich hab ihn aber auch schon gesehen. Ich glaub, ihm hat er auch schon. Ich glaub, ihm hat er auch schon. Ich glaub, ihm hat er auch schon. Hatten wir ihm hat? Drei. Ja, traut sich jemand, die Kamera noch ein bisschen weiter nachfix zu stellen? Ja, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Scheine Stürze jetzt. Aha. Lucy Straffen. Lucy Straffen. Was ist da hin los? Hörst du das? Guck, da hinten fliegt er doch. Was? Ja, da ist er. Hä? Wo fliegt hier was? Hier, hier Max. Guck mal durch und halt mal Kamera still drauf. Da hinten fliegt ein Geister-Orbs. Wo durchgucken? Durch die Kamera? Durch die Kamera, die ich dir gedroppt hab. Achso. Geh mal auf. Du musst dir irgendwas anderes fallen lassen gegebenenfalls. Und dann einfach mal hinten in den Raum gucken. Da fliegt so ein kleiner Punkt durch. Ah ja. Ja, Geister-Orbs. Sag das so. So. Also ist ein Geister-Orbs. Ja, Max hat's herausgefunden, Leute. Wir machen nochmal ein Foto vom Geist. Ja, Foto. Haben wir ein Foto-Apparat? Ja, hier, 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 hier. Und wir müssen alle rein, weil wir wollen ja, dass die Sanity unter 25 Prozent ist. Wir machen die Runde jetzt zu 100 Prozent fertig. Easy. Keine halben Sachen mehr jetzt. Easy. Jetzt geht's ab. Richtig. Auch Schwäche zeigen ist gut. Ja, ist er auch richtig. Schwäche zeigen ist Stärke zeigen. So. Also Foto machen und wegrennen. Vom Buch auch, oder? Genau, wenn er da ist. Genau, vom Buch auch mal. Echt? Ja. Das ist ja ein Beweis. Wir haben nicht unendlich Fotos, by the way. Ja. Und genau, sobald wir uns fotografieren im Journal bei Fotos, könnt ihr immer nachgucken, ob das Foto was geworden ist. Also nur den Geist zu fotografieren zählt oft nicht. Kann es sein, dass Lucy ganz schön zimperlich ist hier? Lucy ist zimperlich. Lucy, straff dich mal. Du hast das Buch nicht auf dem Foto. Das war nur ein Fuss von Gnu. Doch, doch. Bei mir... Da steht Geist, der Buch, drei Sterne, das passt. Bei mir ist da kein Fuss. Lucy straffen. 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 Eine wunderschöne Musik. Lucy straffen. Das ist wunderschön. Die Symphonie des Fiebertraums. Lucy raff dich. Lucy straffen. Lucy gaffen. Wie kann man die noch härter triggern? Licht ausmachen. Und dann hast du eben... Dann kriegen deine Leute Panik, machst auch die Tür zu. So. Lucy. Lucy straffen. Zeig doch mal, geht endlich. Ha. Ha. Das war ein Geisteraktivität. Nein, das war wieder scheiß... Nein, nein, das war eine Geisteraktivität. Ich gehe mal auf den Grund. Das war der Soundbord. Lucy Affen. Lucy mag Affen. Lucy, soll ich mal den Ventilator anmachen? Zeige dich. Vielleicht finden wir auch noch den verfluchten Gegenstand. Lucy, zeige dich, du verfluchtes Stück Scheiße. Lucy, schnapp die Axt und schlag mich in Stücke. Stücke Scheiße. Lucy, du... Lucy... 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 Lucy, bist du noch bei den No Angels? Lucy, Lucy... Lucy, du Verkappel... Daylight in your eyes... Ach, Max, schau mal, hier ist Lucys Familie. Wer ist Lucy? Ganz rechts. Ganz rechts. Alter, hier ist ein richtiges Mannschaftsfoto-Ausgabe. Meint ihr, das sind echte Bilder? Weißt du, wie ich meine? Oh ja, das... Sagen wir, das ist ein Mannschaftsbild. Ja. Das ist Lucy mit dabei. Schwersterbataillon, äh, FC. Hallo? Ja? Ich hab ne Überraschung für dich. Ja, ne Puppe, Voodoo. Geil. So, was mach ich jetzt damit? Also je nachdem, was du zufällig drückst, passieren unterschiedliche Dinge. Mach mal. Rechtsklick oder linksklick. Erhuntet, lauft. Du hast direkt ins Herz getroffen, oder? Nein, ich hab nichts gemacht. Ein Foto, mal ein Foto. Hat nicht geklappt. Ich sterbe! AAAAAAAA! Junge, der flackert. Ich wollte mal, genau. Achtung, jetzt wird's laut. Ah, doch nicht. Sobald der Geist erscheint, macht ihr ein Foto. Ja, ja. Ja, aber ich hab die nicht gedrückt. Ich hab nix gemacht. Der kam dann zufällig. Mach, 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 mach. Schalte! Hahaha, genau wie bei mir. Genau wie bei mir. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Ist keiner tot? Das funktioniert, Mann, wir haben's geschafft. Hoppa und tschüss. Hä, nein, mach mit der Voodoo-Puppe doch irgendwas. Ja, Mann, wir haben zwei Menschen verloren, damit wir ein bisschen mehr Kohle kriegen. Hä, der ist ja gar nicht drauf. Aber ich hab die Voodoo-Puppe nicht gedrückt, wir haben jetzt nix mit der gemacht. Ja, und dann fahren wir ab, geht die Post. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, ey, ab in den Wohlstand. Schalte! Schalte! Nice. Das war eine sehr erfolgreiche Mission, ein erfolgreicher Zugriff. Ja, aber wie? Das war absolut erfolgreich, das war 100% außer Bewegungssensor. Aber ich hab jetzt wieder da stehen, finde den richtigen Geistertyp heraus und das ist nicht durchgestrichen bei mir. Hast du Revenant eingetragen? Ja. Aber wenn's durchgestrichen ist, ist es aber falsch. Nicht geschafft? Ja, weil Knochenbeweis ist bei mir durchgestrichen, das haben wir ja nicht gemacht. Ja, okay. Ich stelle die Anwesenheit eines Geistes mit der... Fair, weil bei den Durchgestrichenen ist ja auch kein Geld dann, ja. Ja. Okay. Ach, da steht ja auch, der Geist war in Revenant. Ja, klasse. Nice. Ja, Mann. Ja, Leute, war ein klasse Job, den ihr geleistet habt. Komm, komm, lass uns noch zocken oben, lass uns noch zocken, lass uns noch zocken. Ja, wir zocken jetzt noch. Was ist eigentlich hier drin, kann man das auch machen? Ah, hier sehen wir noch mal die Fotos. So, wo ist da ein Fuß drauf? Boah, Alter. Bei mir hier in der Mitte. Bei mir ist dann nur der Fuß drauf. Da liegt wer im Dreck. Das sind so schöne Erinnerungen. Vor allem, da fällt gerade jemand tot. Ey, aber eigentlich müssen wir sowas mal in echt machen, das würde ich voll feiern. Ich würde es voll geil finden. Ich hab das ja, so ein Losthaus in echt ist echt richtig gruselig. Das scheiße, das ist richtig ein. Losthaus. Losthaus. Lost. So. So, ich hab jetzt hier noch so einen Ring. Ich werf zuerst. Nein. Okay, ich werf. Und... Oh! Oh! Scheiße. Weggeschnappt. Oh nein, weil Deiner geblockt hat. Du Scheiße. Du Scheiße. Scheiße. Dass sie auch ein Säckchen haben. Ich schaff das jetzt. Kalle. Äh. Äh. Ja, was ne Scheiße. Okay, Leute. Das war Phasmophobia mit SGHK. Nächste Woche geht es weiter. Ich verabschiede mich. Ciao. Warte, warte. Ich auch. Äh. 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 Tschüssi. Warte, 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 warte. Vielen Dank.